Viyo-Gasana ist die Stellung des Lösens von allen Verhaftungen. Garota beschreibt es wie folgt und bezieht sich dort auf mehrere Stellungen. Raffaella zeigt es. Zunächst stelle dich auf die Knie und gib dabei die Füße in die Nähe der Knie. Bring also die rechten Zehen zu den linken Knien und die linken Zehen zu den rechten Knien. Anschließend richte dich auf und fasse mit den Händen an die Schienbeine. Halte also das Becken dabei relativ tief, dass du auch mit den Händen an die Schienbeine kommst. Dann schaue nach vorne oder nach oben und atme tief ein und aus. Raffaella macht gerade die sehr aufgerichtete Version davon. Alternativ könntest du probieren, die Knie noch weiter auseinander zu geben und praktisch auf den Fersen zu sitzen und dabei an die Schienbeine zu gehen. Das ist Viyo-Gasana, die Stellung, wo du alle Verhaftungen überwinden kannst. Also. Und da auch aufgerichtete Richtung. Das ist mir einfach die Schienbeine zu nehmen.